Guten Morgen, wir beginnen dann mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Monatschart. Da sind wir im bisherigen Monat August hier am 10er EMA nach oben abgeprallt. Der 10er EMA, das hatte ich bereits in den vergangenen Videos öfter betont, ist im Monatschart besonders wichtig und gilt oft als wichtige Unterstützungslinie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Sollte diese Unterstützungslinie der 10er EMA nachhaltig nach unten durchbrochen werden, wäre dies ein bärisches Signal und dann mit langfristig eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Das hat hier nicht stattgefunden. Wir sind bisher wenigstens hier direkt am 10er EMA wieder hochgelaufen, konnten diesen verteidigen und damit auch die übergeordnete Aufwärtsbewegung hier im Monatschart weiter bestätigen. Wir machen dann weiter mit dem Wochenschart im S&P 500, wo wir in der Vorwoche hier mit dieser sehr bullischen Wochenkerze mit dem langen unteren Schatten aus dem Handel gegangen sind. Dies ist hier nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen ein sehr bullisches Signal und wir könnten möglicherweise nun vor einer weiteren Erholung stehen und dann den 10er EMA im Wochenschart anlaufen, der derzeit bei ungefähr 5.400 Punkten notiert. Zu beachten ist aber außerdem hier der Unterstützungsbereich und der 50er EMA sowie der steigende Fibonacci-Fäcker, dieser untere blaue Fibonacci-Fäcker hier, die sich alle ungefähr im Bereich von 4.900 bis zum 50er EMA bei 5.000 Punkten befinden. Dieser Bereich von 4.900 bis 5.000 Punkte ist also ein wichtiger Unterstützungsbereich. Sollte es also weiter tiefer gehen und wir vor einem weiteren Kursrutsch stehen, sollte man diesen Bereich hier zunächst genau beachten, da sich hier dann ein Verlaufstief bei einer weiteren Korrektur bilden könnte. Wir gehen dann noch eine Zeitebene tiefer in den 4-Stunden-Start für den S&P 500 und da sehen wir, dass wir uns hier derzeit am 10er EMA emporschlingeln im S&P 500, uns aber weiterhin unter der Ikemoku-Wolke befinden. Darauf ist dann im weiteren Kursverlauf zu achten. Sollten wir die Wolke hier im 4-Stunden-Start nach oben durchbrechen, dann wäre dies ein buddisches Signal und dann zunächst mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Klar ist aber auch, dass die ganze Chart-Technik hier Makulatur wird, sollte die Lage hinaus weiter eskalieren. Über den Nachrichtenticker lief nun die Nachricht, dass der russische Präsident Wladimir Putin russischen Fluggesellschaften verboten hat, über Israel zu fliegen von Mitternacht bis 6 Uhr morgens und das gilt für die kommenden Tage bis zum Freitag, dem 16. August. Putin, der ja ein enger Verbündeter ist von dem Iran, würde diesen Schritt höchstwahrscheinlich nicht gehen, dieses Verbot für russische Fluggesellschaften höchstwahrscheinlich nicht aussprechen, würde er nicht triftige Gründe dafür haben. Möglicherweise weiß er als Verbündeter Teherans etwas mehr als die westlichen Medien. Das ist nur eine Vermutung, wir werden sehen, ob es so kommt, allerdings besteht die Gefahr und sobald es da zu einer Eskalation kommt, dürften die Märkte leider dann deutlich tiefer notieren. Wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart. Da befinden wir uns, wie man sieht, weiterhin in einer Erholung und haben auch den 200er EMA in der Vorwoche noch nach oben durchbrochen, haben uns dann dem 10er EMA angenähert und bisher wenigstens sieht es so aus, dass wir einfach nur einen Pullback durchführen nach dem Kursrutsch hier aus dem langfristig fallenden Trendkanal in diesem Bereich um den 10er EMA und der unteren Begrenzung dieses Trendkanals, also im Bereich von ungefähr 17.800 Punkten, dann wieder nach unten abdrehen, in diesem Bereich dann einen Verlaufshoch bilden und in der Folge dann die übergeordnete Abwärtsbewegung dann weiter fortsetzen. Sollten wir hier wie erwartet nach unten abprallen, wäre zunächst der 200er EMA die nächste Anlaufmarke im Bereich von 17.560 Punkten ungefähr. In diesem Bereich sollte dann darauf geachtet werden, ob es hier Intraday möglicherweise zu einer Bodenbildung kommt, wie also hier in diesem Bereich ein Verlaufstief bilden und in der Folge wieder ansteigen. In diesem Fall wäre dann auch mit einem nachhaltigen Durchbruch über den 10er EMA zu rechnen, also mit einer Rückeroberung dieses fallenden Trendkanals. Brechen wir hingegen unter den 200er EMA nach unten durch, wäre dann mit einer Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung zu rechnen, das würde dann bedeuten, dass wir dann auch höchstwahrscheinlich das Verlaufstief hier an der Unterstützung um 17.000 Punkte nachhaltig nach unten durchbrechen würden und damit auch die Marke von 17.000 Punkten höchstwahrscheinlich gefährdet ist. Brechen wir hingegen direkt nach oben durch und erobern die Trendkanalbegrenzung hier, die untere Trendkanalbegrenzung direkt zurück, sowie den 10er EMA, dann wäre zunächst mit einem weiteren Hochlauf zur ehemaligen Unterstützung bei 18.040 Punkten zu rechnen, sowie außerdem darüber zum 50er EMA, der derzeit bei 18.185 Punkten notiert, aber weiter fallend ist und sich hier dieser Unterstützung, dieser ehemaligen Unterstützung um 18.040 Punkte annähert. Wir machen dann weiter mit der Ölsorte WTI, WTI, da sind wir in der vergangenen Handelswoche hier direkt an der Unterstützung um ungefähr 72,50 Dollar wieder nach oben abgeprallt. Mit dieser bullischen Wochenkerze aus dem Handel gegangen und nähern uns aktuell hier dem Bereich, dem Widerstandsbereich um ungefähr 78,50 Dollar bis 81 Dollar. Hier befindet sich ein massiver Widerstandsbereich, höchstwahrscheinlich werden wir, sollten wir weiter hochlaufen und die bullische Vorwochenkerze bestätigen, hier in diesem Bereich ansteigen, aber wohl noch unter dem alten Verlaufshoch bei 84,52 Dollar ein weiteres, ein tieferes Verlaufshoch bilden und damit diese Kette von tieferen Verlaufshoch im Wochenchart der vergangenen Monate weiter fortsetzen und dann auch möglicherweise vor einem erneuten Rücklauf stehen. Natürlich ist dabei zu beachten, wie sich die weitere Lage in Nahost entwickelt, sollte es hier zu einer Eskalation kommen, ist leider dann auch mit einem Anstieg der Ölpreise und der Energiepreise allgemein zu rechnen, dann könnte es zu einem kräftigen Ausbruch hier nach oben kommen. Zu beachten ist für den kurzfristigen Verlauf, dass die Unterstützung bei 72,50 Dollar hier weitgehend gehalten werden kann. Sollten wir im weiteren Kursverlauf wieder unter diesen Bereich fallen, dann wäre dies natürlich ein Schwägesignal und dann wäre dann auch mit eher weiterfallenden Kursen bei WTI zu rechnen. Wir machen dann weiter mit dem saisonalen Chart für die Ölsorte WTI hier auf der Seite von saisonnext.com. Das ist immer eine sehr hilfreiche Seite für den saisonalen Verlauf, für verschiedenste Underlying, die man dann hier dementsprechend einstellen kann. Wir haben hier jetzt den saisonalen Verlauf von WTI auf dem Chart. Da sehen wir, dass wir hier bis ungefähr Mitte Oktober weiter seitwärts tendieren, beziehungsweise ganz leicht ansteigen, aber es dann in den vergangenen zehn Jahren immer wieder hier im Oktober zu einem deutlichen Abschwung gekommen ist, natürlich abgesehen von möglichen geopolitischen Einflussfaktoren. Es endet auch nichts daran, wenn wir nun die Zeitebene hier von zehn Jahren weiter erhöhen, zum Beispiel auch 25 Jahre, da sehen wir ebenfalls, dass immer hier im Bereich von Mitte Oktober es hier in der Regel zu einem Abschwung kommt bei den Ölpreisen bis ungefähr Mitte Dezember und erst dann wieder ein weiterer Anstieg erfolgt. Sollten wir also vor weiter steigenden Kursen stehen bei WTI, dann sollte man darauf achten, ob möglicherweise im Oktober, Mitte Oktober dann ein Hoch eventuell markiert wird, ob der Ölpreis dann vor möglichen Widerständen steht, beziehungsweise ob dann auch mögliche Schortsignale geliefert werden Mitte Oktober, die dann eben darauf hindeuten würden, dass sich auch in diesem aktuellen Jahr 2024 die übliche Saisonalität dann bestätigen würde und wir dann erneut vor einem Abschwung stehen könnten. Wir machen dann weiter mit der Aktie Fanelli Financial, die wurde im Forum nachgefragt. Wir befinden uns ja eigentlich seit dem Verlaufstief bei 22,54 Dollar Ende Oktober in einem Aufwärtstrend, konnten diesen ja auch direkt mit einem Hochlauf über den 10er EMA zunächst bestätigen, im kurzfristigen Verlauf, den wir dann auch weiter verteidigen konnten, wie man hier sieht. Und es ist dann auch bereits im November zu einem Hochlauf über den 50er EMA und den 200er EMA, sowie die Ichimoku-Wolke gekommen. Zudem gab es hier eine bullische Überschneidung des 10er EMAs über den 50er EMA und später dann auch des 50er EMAs über den 200er EMA. Alles relativ früh, noch zu Ende des letzten Jahres. Diese ganzen bullischen Signale wurden dann auch im weiteren Kursverlauf bestätigt und der Wert konnte dann letztendlich hier bis 45,46 Dollar hochziehen. Dann kam es natürlich dann zu einer Korrektur im Einklang mit den Gesamtmärkten. In der Regel können sich auch die Einzelaktien nicht bei einer Korrektur in den Gesamtmärkten entziehen. Das ist eher selten der Fall. Und wir kamen dann auch kräftig zurück, konnten aber die Ichimoku-Wolke bisher verteidigen. Bisher sieht alles noch bullisch aus. Wir befinden uns bisher in einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, der weiterhin Bestand hat. Allerdings ist auch zu sehen, dass wir hier unter den 10er und 50er EMA gefallen sind. Hier müssen wir also nun schnell wieder nach oben durchbrechen, damit sich die Lage kurzfristig wieder aufhält und auch der langfristige Aufwärtstrend dann weiterhin bestätigt wird. Aktuell ist die Lage noch bullisch. Sollten wir aber nachhaltig unter diese Ichimoku-Wolke fallen, dann wäre dies natürlich ein Short-Signal, ein langfristiges Short-Signal, genauso wie bereits zuvor umgekehrt, als wir hier mit dem Durchbruch über die Ichimoku-Wolke ein langfristiges Long-Signal generiert haben. Die nächste Anlaufmarke bei einem nachhaltigen Durchbruch wäre dann hier der 200er EMA, der derzeit bei 37,10 Dollar ungefähr notiert. Zu beachten sind also nun auf der Oberseite der 10er und 50er EMA, die derzeit bei 40,98 Dollar für den 50er EMA und 41,13 Dollar für den 10er EMA notieren. Dieser Bereich sollte also hier nach oben durchbrochen werden, damit sich die Lage wieder auffällt. Und auf der Unterseite ist dann die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke von hoher Bedeutung, brechen wir hier nachhaltig nach unten durch, wie gesagt, würde ein langfristiges Short-Signal generiert werden. Und damit wären wir dann auch erstmal durch mit dem I&G Markets Morning Call für den Montag, den 12. August. Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende, viel Erfolg in der kommenden Handelswoche und sollte sich noch Neues ergeben im Nahen Osten, dann werde ich das natürlich noch im Kommentarbereich unter dem Video mitteilen und auch eventuell je nach Verlauf dann neue Anlaufmarken nennen. Vielen Dank! Vielen Dank.